Die Haupttipps zum Kraulenlernen sind einfach, das Wichtigste ist einfach Schwimmen gehen. Also Schwimmen ist eine, gerade auch Kraulen ist was, das lernt man nicht durch andere Sportarten. Man kann es eigentlich nur dadurch lernen, dass man es tut. Dass man von Abwechslung ins Programm einbaut, das versuchen wir hier zu machen. Dass man auch das Rückenschwimmen mit rein nimmt, weil das Rückenschwimmen und das Kraulen sind eigentlich zwei Gegenparts, die sich so ähnlich sind, wobei das Rückenschwimmenhäufig einfacher ist, weil man halt die Atmung nicht beachten muss. Reißverschluss ist eigentlich nur, das lernt man Kindern so, dass man hier unten sich denkt, einen imaginären Reißverschluss hat, den man aufzieht, nicht unter die Achsel und dann nach vorne geht. Reißverschluss hilft den Leuten immer, weil dann können sie sich was vorstellen.